Vor einiger Zeit kam mal einst ein Spiel auf den Markt, was sowohl damals als auch heutzutage als eines der Gruselspiele bezeichnet wird. Ein Spiel, welches in seiner Grafik, im Gegensatz zu den heutigen Spielen, irgendwie schlecht oder einfach ist und gleichzeitig an sich einen recht einfachen Titel trägt, der eben einfach, aber auch zum Teil mysteriös rüberkommt. Die Rede hierbei ist vom Spiel The Theater. In manch anderen Kreisen wird jedoch behauptet, dass dieses bestimmte Spiel in Wirklichkeit gar nicht existiert hatte und dass es sich hierbei mehr um eine Creepypasta handeln würde. Fakt ist jedoch, dass das Spiel The Theater tatsächlich existiert. Zahlreiche YouTuber, wie zum Beispiel Markiplier, hatten dieses Spiel schon mal einst gespielt und waren sowohl vom gruseligen als auch mysteriösen Inhalt des Spiels sehr überzeugt gewesen. The Theater zählt heutzutage zu den ältesten Spielen, was jedoch nur noch auf Bootleg CD-ROMs erhältlich ist, die jedoch in den meisten Fällen merkwürdigerweise noch nicht einmal dieses Spiel enthalten. Sonderbar hierbei ist auch, dass zum Ursprung des Spiels, was hierbei die Spieleentwickler angeht, so gut wie gar nichts bekannt ist. Auch eine Spielbeschreibung soll es zum Spiel gar nicht geben, was hierbei das gesamte Spiel in ein weiteres, mysteriöses Licht rücken lässt. Im Spiel begegnet man häufig einer merkwürdig aussehenden Person, die jedoch im Spiel nicht als Person an sich, sondern eher wie ein verpixelter Starschnitt aussieht. Hierbei handelt es sich um den sogenannten Ticket-Taker. Ein einfacher, aber auch schlecht gezeichneter, verpixelter, kahlköpfiger und kaukasisch aussehender Mann, der eine rote Jacke über einem weißen Hemd und einer schwarzen Hose trägt. Er gilt als völlig ausdruckslos, was die Mimik oder Körperhaltung angeht. Manche Spieler, die dieses Spiel gespielt haben wollen, berichteten allerdings davon, dass das Gesicht des Ticket-Takers sich manchmal verändert hat. Zum Beispiel soll er mal wütend dargestellt worden sein, wenn man im Spiel eine Scheibe zerschlägt. Diese Art von Erzählungen oder Behauptungen werden aber auch in manch anderen Kreisen nur als urbane Legende abgestempelt. Das Spiel war ursprünglich mehr dafür bekannt, dass es nicht korrekt installiert werden konnte. Der Installationsvorgang soll den Computer sofort gesperrt haben, sobald der Nutzer oder die Nutzerin die Lizenzvereinbarung zum Spiel erreicht hatte. An der Lizenzvereinbarung für The Theatre ist auch seltsam, dass immer dann, wenn das Entwicklungsstudio genannt werden soll, der Text einfach eine leere Zeile ist. Die meisten Leute jedoch, die behaupten, eine Original-CD zum Spiel zu besitzen, sagen, dass sie herausgefunden haben, wie man das Spiel problemlos installiert. Indem sie einfach ihren Computer mit der Lizenzvereinbarung neu starten, wobei die CD zum Spiel immer noch im CD-Laufwerk mit drin ist. Man soll dann dazu aufgefordert werden, beim Start auf I agree, also ich stimme zu, zu drücken. Danach soll dann der Installationsprozess fürs Spiel problemlos weiter fortfahren. Nach der Installation startet dann schließlich das Spiel, ohne jedoch eine Einführung, einen Trailer oder sonstiges zu zeigen. Zu Anfang wird nur das Hauptmenü des Spiels gezeigt, das einfach ein pixeliges Bild eines Kinos auf einer leeren Straße in einer Stadt darstellt, worauf dann der Titel eingeblendet wird und dann die drei Menü-Tasten Neues Spiel, Laden und Optionen präsentiert werden. Hierbei gibt es eine weitere merkwürdige Sache. Denn wenn man die Taste Optionen auswählt, was in der Regel für die Einstellung der Steuerung, des Audios und der Grafik verantwortlich ist, stürzt das gesamte Spiel auf rätselhafte Weise sofort ab. Bei der Taste Load, also das Laden von gespeicherten Spielständen, soll angeblich gar nichts funktionieren. Selbst wenn man einen gespeicherten Spielstand haben soll und man auf diese bestimmte Taste drückt, passiert ebenfalls nichts. Daher bleibt dem Spieler oder der Spielerin nur als einzige funktionierende Menü-Option die Taste Neues Spiel. Nach der Optionsauswahl befindet man sich im Spiel in der Ego-Perspektive. Man steht in einer leeren Kinohalle, wo man dann später auf den mysteriösen Ticket-Taker stößt, der vor einem dunklen und langen Gang steht. Vorerst bleibt dem Spieler nichts anderes übrig, als sich entweder die schlecht gezeichneten, meist unleserlichen Filmplakate anzuschauen, die in der Kinohalle an den Wänden hängen, oder man wendet sich direkt dem Ticket-Taker zu. Sobald sich der Spieler zum Ticket-Taker bewegt, wird plötzlich eine Sprachbox mit der Aufschrift Danke, genießen Sie den Film eingeblendet, wo auch gleichzeitig ein Soundclip mit sehr geringer Qualität abgespielt wird. Danach geht der Spieler dann den langen, dunklen Flur im Kino entlang, wodurch allerdings der gesamte Bildschirm plötzlich schwarz wird und man dann wieder in der leeren Lobby des Kinos steht, wo man dann später immer und immer wieder quasi dazu gezwungen wird, den genau gerade durchgespielten Prozess mit dem Ticket-Taker zu wiederholen. Auch wenn dies nach einem eher mehr langweiligen Spiel klingen mag, so treten beim weiteren Spielen einige seltsame Dinge auf. Wie oft man sich im Spiel beim Ticket-Taker ein Ticket holen und in die Halle gehen muss, damit diese seltsamen Ereignisse eintreten können, ist nicht bekannt. Die meisten Spiele jedoch, die The Theatre mal einst gespielt haben, geben an, dass alles völlig zufällig ist und dass es sogar vom ersten bis zum vierhundertsten Durchspielen andauern kann, bis dann die besagten Ereignisse im Spiel getriggert werden können. Die besagten Ereignisse sollen jedoch einige Spieler zutiefst verstört haben. Das erste merkwürdige Ereignis im Spiel passiert, wenn der Spieler nach mehreren Malen wieder in der Lobby des Kinos eingeblendet wird, nachdem er oder sie wieder den Flur im Kino betreten hat. Hierbei fällt allerdings auf, dass vom Ticket-Taker weit und breit nichts zu sehen ist. Während man dann in den dunklen Flur im Kino hinuntergeht, wird, trotz Abwesenheit des Ticket-Takers, der zuvor erwähnte Soundclip und die Textbox des Ticket-Takers gezeigt bzw. abgespielt. Jedoch wird der Bildschirm nicht wie gewohnt ausgeblendet, wenn der Spieler die Gänge des Kinos betritt, sondern es wird auf einmal stockdunkel, je tiefer man als Spieler in die Halle geht. Trotz der merkwürdigen Dunkelheit wird der Schritt-Soundclip des Spielers immer noch abgespielt, während der Spieler oder die Spielerin weiterhin die Aufwärtstaste der Tastatur drückt. Hierbei wurde mal davon berichtet, dass diejenigen, die behaupteten, das ursprüngliche Spiel zu The Theatre mal eins gespielt zu haben, dass sie sich dabei extrem unwohl gefühlt haben, den langen Flur im Spiel entlang zu gehen, da sie die ganze Zeit erwartet hatten, dass etwas Schreckliches oder Unnormales passieren würde. Und genau dies passiert auch irgendwann. Denn ab einer bestimmten Stelle ist der Spieler nicht mehr in der Lage, sich vorwärts zu bewegen. Für einige Momente lang passiert nichts. Bis dann auf einmal ein merkwürdiger Sprite auftaucht, der dem Ticket-Taker zwar ähnelt, jedoch anstatt eines normalen Kopfes auf einmal sowas wie einen Wirbel als Gesicht hat, der eben wie aus dem Nichts plötzlich auftaucht und einfach still und starr vor dem Spieler steht. Manche Spieler, die die ursprüngliche Version von The Theatre mal eins gespielt haben wollen, behaupteten an dieser Stelle ein Gefühl gehabt zu haben, als würden ihre Körper sofort eingefroren sein und ihre Mägen herumgedreht worden sein, als sie genau diesen merkwürdigen Sprite gesehen haben. Dieser merkwürdige Sprite wurde dann auch später unter dem Namen Swirly Headman, zu Deutsch Wirbelnder Kopfmann, bekannt. Zuerst passiert nichts, wo der Swirly Headman vor einem steht. Doch dann ertönt auf einmal plötzlich ein durchdringendes Kreischen, als das Spiel ausfällt. Dies dauert einige Minuten, wobei das Kreischen ununterbrochen ertönt. Dann kehrt der Spieler auf einmal wieder in der Lobby des Kinos zurück. Das Kreischen ist ab dem Punkt wieder vorbei und alle Sounds und Grafiken im Spiel sind wieder in ihrem vorherigen beziehungsweise normalen Zustand. Im Spiel werden dann die nächsten Zyklen, was das Betreten des Flurs im Kino angeht, weiter beziehungsweise normal fortgesetzt. Einige der ursprünglichen Spieler behaupteten jedoch, dass der mysteriöse Swirly Headman für kurze Zeit auftauchen würde und in der Ecke des Bildschirms später verschwindet, während ein lebhafter Jaul-Soundeffekt dabei abgespielt wird. Dann irgendwann, nachdem er den Swirly Headman angetroffen hat, sieht man dann später im Spiel den Ticket-Taker, wie er im Kino auf und ab geht, beziehungsweise hüpft, da es für diesen Sprite keine Laufanimationen gibt. Großartig reden oder sprechen tut der Ticket-Taker nicht, wenn man mit ihm interagiert. Allerdings kann man beim Ticket-Taker im Gesicht zwei große Augen und einen offenen Mund erkennen, was bei ihm einen besorgten Gesichtsausdruck simulieren beziehungsweise darstellen soll. Ab dieser Situation stellten dann einige Spieler fest, dass die Filmplakate in der Lobby des Kinos durch Bilder des Swirly Headman ersetzt wurden. Hierbei sollen die Spieler automatisch den Kopf ihres Charakters sofort von den Postern weggedreht und sich dem Ticket-Taker genährt haben. Als sich die Spieler dem Ticket-Taker schließlich genährt haben, wird ein völlig anderer Soundclip von geringer Qualität abgespielt. Hierbei enthält jedoch die Sprachbox nur beschädigte Zeichen, die wie ein unvollständig und unlesbarer Text aussieht. Aufgrund der extrem niedrigen Soundqualität wurde von manchen Spielern diskutiert, was genau der Ticket-Taker an dieser Stelle gesagt haben könnte. Von manchen Spielern wurde behauptet, dass der Ticket-Taker den Satz Nie erreiche die anderen Levels sagen würde. Dann blendet der Bildschirm wieder aus und bringt den Spieler zurück zu seinem Ausgangspunkt in der Lobby des Kinos. Doch merkwürdigerweise ist der Ticket-Taker später spurlos verschwunden und der Flur im Spiel wird von einer großen Backsteinmauer blockiert. Was noch merkwürdiger ist, wenn man die Mauer im Spiel berührt, stürzt das Spiel sofort ab, was somit auch das komplette Ende vom Spiel ist. Niemand von den bisherigen Spielern des Spiels The Theater konnte herausfinden, was es mit der Bezeichnung die anderen Levels zu tun hat. Oder wie man Zugang zu den besagten Levels bekommen konnte. Unbekannt ist auch, warum der mysteriöse Swirly Headman bei den bisherigen Spielern ein solch akutes Angstgefühl verursachen konnte. Original-Kopien von The Theater sind heutzutage nicht mehr erhältlich, da sie entweder verloren gegangen sind oder zerstört wurden. Wie man die Sache auch betrachten mag. Das Spiel The Theater gilt weiterhin als ein gruseliges und geheimnisvolles Spiel, worin jedoch manche Geheimnisse, wie die sogenannten Levels oder den mysteriösen Swirly Headman, noch bis heute nicht gelöst werden konnten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 oder den Vielen Dank.